Herzlich Willkommen Einen Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons Letzte Woche gab es leider nur einen Part Das hat den Grund, dass ich einfach zu fertig war von der Sonys Pressekonferenz, also Showcase Weil die haben mir dann das neue Heliputter gezeigt, Leute Und da war ich echt fix und fertig, da konnte ich am nächsten Tag überhaupt nicht mehr klar denken Echt nicht So, was haben wir hier? Ein paar Kiminos an dann Uh, hübsch Okay Wir geben, glaube ich, das Gemälde jetzt mal endlich ab Ist Rainer da? Ne Okay Wir werden heute das Museum umplatzieren Das hatten wir schon lange vor, tatsächlich Ich habe es aber nie gemacht, weil ich es immer vergessen habe Beziehungsweise ich keinen Part aufgenommen habe So, willkommen Wie darf ich Ihnen helfen? Ähm, ich will da etwas stiften Und zwar ein berühmt Gemälde Was? Uh, ist das etwa ein berühmt Gemälde? Uh, kein Zweifel, herrlich Ach, super Ein Hinweistafel Oh, bitte, bitte schauen Sie später mal vorbei Passt schon Danke Tschüss Okay, dann gehen wir mal eben hier rein Muss ich noch ein bisschen umplatzieren So, perfekt Oh, berühmt Gemälde Äh, du warst es nicht, ne? Ne, du warst das Blumengemälde Du warst die Himmelnast-Punkelgemälde, okay Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah Bild Hier sehe ich es jetzt auf jeden Fall noch nicht Ah, hier ist es, glaube ich Das war's Ne, hä? Ne Das war's auch nicht Was wird's? Ach, es war die Mona Lisa, oder? Ich glaube, es war die Mona Lisa Ja Es war die Mona Lisa Leonardo da Vinci Um 1503 Öl auf Pappelholz Das weltberühmteste Lächeln Angeblich hielt da Vinci dieses Gemälde bis zu seinem Todurteil Verschluss Angesichts der Macht, die es noch Jahrhunderte später auf Betrachter ausübt Ist dies nur verständlich Ja, cool Sehr schön Dann Gehen wir jetzt hier mal zu dem wichtigen Ding Ich glaube, ich muss aber erstmal ein paar Sachen verkaufen, weil mein Inventar sehr, sehr voll ist Damit wir auch Platz haben Falls ich Platz benötige Falls ich Platz benötige Jetzt ist auch bald der, äh, September vorbei Das heißt In Oktober Kommt vielleicht schon das Update Müsste jetzt eigentlich Wegen Halloween Aber das sehen wir dann Das sehen wir dann Noch Drei Tage Dann müsste es eigentlich ein Animal Crossing Dings geben Eine kleine Direct oder zumindest ein Video Ach, bestimmt Donnerstag Bis jetzt kam irgendwie gefühlt jeden Donnerstag gegen eine Mini-Director oder sowas So Was hast du dann anzubieten? Ich habe richtig viel Schrott dabei Ein paar Regenstiefel Oh, die wollte ich nur ausbieren Die verkaufe ich mal nicht Bienenwarmband Stiefmütterschen Äste Ich weiß nicht, ob ich Äste verkaufen soll Wasserkisse Teppichmuschel hier Sprungstab Lass ich mal einfach Vielleicht brauchen wir die Nummer Und sonst können wir Ja Bitteschön 14.000 Ja, nehme ich Nehme ich Nehme ich Ich stelle mir gerade die Frage Innerlich Ähm Früher Da hatte man nicht so Viel Geld, oder? Konnte man da auch so schnell Immer an Geld kommen Ich weiß nämlich, dass ich Fische und sowas Meistens links liegen gelassen habe Und nur die Obstbäume gemacht habe Das weiß ich noch So Okay Insel Designer Bauarbeiten beginnen So, dann machen wir jetzt erstmal den Weg Äh Eines Design Machen wir erstmal die Kurven Oder? Ne, machen wir erstmal rechts Was nehme ich denn überhaupt? Nehme ich sowas Klares? Oder nehme ich Steine jetzt? Weil wir ja eigentlich oben sind Ich finde Steine eigentlich ganz gut Dann nehmen wir Steine So Äh Ja gut Ne? Vielleicht ändere ich das auch einfach später nochmal Aber ich möchte eigentlich erstmal Steine haben So Der Weg der kommt nämlich direkt hierhin Direkt Direkt Oh, ich hätte da auch ne Kurve machen können, oder? Hm Überlege ich mir noch Überlege ich mir noch Oh, das sind aber viele Steine, oder? Ich Muss mir das gleich mal anschauen Muss mir das einfach anschauen Dann brauchen wir dich Für hier Und dann ne Kurvi Muss ja auch nicht auf jeden Ding Den Stein machen, ne? Weil es fehlt glaube ich ne Kurve Hab ich die nicht gedownloadet? Die hab ich nicht gedownloadet Okay Bitteschön Dann bitte, bitte sehr Bisschen zu viel Stein finde ich gerade noch Im Moment Also es sieht komisch aus Es sieht einfach komisch aus Sagen wir es so So Und hier noch Ja, es sieht echt komisch aus Ja, ich glaube, das Das werden wir gleich mal bearbeiten Machen das jetzt hier einmal Vollständigkeitshalber hin Zack Und zack Aber es muss nicht überall Das da hin So Dann nehmen wir mal Dich erstmal Machen wir hier was hin Hier auch noch So Von mir aus kann dann Da auch mal ein Stein liegen Aber so die ganze Zeit Die ganze Zeit Muss da jetzt kein Stein Für mich hin Und oben noch Die sind eigentlich besser tatsächlich Weil die können auch so Äh In mehreren Eimer liegen Das Das macht ja hier gar nichts aus So So finde ich das schon viel viel natürlicher Ey Perfekt Dann Machen wir den Fluss hier mal eben hier fertig Also das hier ist die Mitte Ne Ja Da ist die Mitte Okay Heißt Hier einfach mal runterziehen Obwohl Hier kommt Ich glaube das ist hier Ist das hier? Will ich das hier haben? Ich glaube es ist so Ne Ist nicht so Ich glaube ich habe hier irgendwas falsch gemacht Ach egal Komm ich mache das jetzt hier zu Und fertig So Dann müssen wir glaube ich hier Damit wir hier Dings kriegen Super Gleich müssen wir hier auch machen Dann haben wir das hier Perfekt So Das gleiche machen wir jetzt auf der Seite Machen aber den hier noch weg So wie den Und Den Den auch Und so Perfekt Kann man da oben irgendwas drauf machen Wenn man will Kann ich da drauf springen? Ja ne? Ja super Sehr gut Sehr sehr gut Hätten wir das schon mal So dann müssen wir jetzt Zum Museum tatsächlich Hinglaufen Äh beziehungsweise So Wie hieß er nochmal Zu Tom Nookki Und sagen Ich will jetzt hier das haben Ich will das Museum jetzt So Gerdi ist auch da Schön Als kleiner Gärtchen Leute ich hab so viele Mückenstiche Vorgestern bekommen Ich weiß nicht woran Ich weiß nicht Wieso Ich hab mich einmal gesonnt Ja In meinem Bett Und dann sind wir Die Mücken gekommen Oh mein Gott So viele Mückenstiche Hatte ich noch nie Ich glaube das sind tatsächlich Mit meinen ersten Mückenstichen Die ich jemals hatte Richtig seltsamer ist Richtig seltsamer Hallo Nook Ja ja Mach du da mal Sportübungen Ich mach heute Rückenübungen Denn einmal die Woche Mach ich Rückenübungen Weil ich möchte ja auch Einen guten Rücken haben Ewige Frage Oh nein Ich hab mich verklickt Oh Meine Bauapparatur Infrastruktur So Ich möchte gerne Position ändern Ich hätte gerne Das Museum woanders Uh Das ließe sich einrichten Für 50.000 Stellen Ist Okay So so Ja ja Ich will rasch den guten Eugen Äh Anschreiben Anlösbaren Eugen mein Bester Sagt dir der Umzugsvorschlag Von Moritz zu Ja auf jeden Fall Vertrefflich Dann ist ja alles klar Dann kümmert's Moritz Dann kümmert sich Moritz um So Ich werde außerdem heute wahrscheinlich Bratkartoffeln essen Denn ich freue mich schon darauf Ja ja ich weiß wie das geht Danke Ab Oktober Also ab nächster Woche Kann ich nicht mehr Moritz Für aufnehmen Dann muss ich irgendwann Nachmittags aufnehmen Denn ich hab wieder Uni Yeah Yeah So hierhin Hierhin sollst du hin Hier ist gut Super Tadaa So dann Können wir jetzt eigentlich auch schon die Wand hier herumziehen Wie viele Minuten habe ich denn schon? 12 Ach komm Das machen wir noch schnell Einfach die Wand hier hin So So, das machen wir kaputt. Und das gleiche machen wir jetzt auch hier. Alles kaputt natürlich. Zack. Und zack. So, dann kann man da noch hinterher rennen. Super. So. Genau so. So, und dann natürlich nach hinten ist da noch ein Berg. Ich weiß nicht, ob man oben nochmal was draufstellen kann. Ich glaube tatsächlich nicht. Das war dieser Bug von damals. Ne. Schade. Oder? Warte. Guck mal eben. Oh, ich hab nichts zum Platzen ihren... Doch, ne Leiter hätte ich... Wegpacken. Ne, ich wollte die hier platzieren. Ist nicht genug Platz. Ne, geht nicht mehr. Okay, egal. Egal, egal. Wir machen den Berg trotzdem da einfach hin. Können wir ja hier vor einen Baum hinstellen. Dann merkt man das nicht so. Okay. Oder wir stellen einfach einen Baum hier rein. Das wäre auch lustig. Das ist auch lustig. Okay, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Hier ist noch ein Ballon. Den schnapp ich mir natürlich. Und zack. Das haben wir hier schönes. Ein Geschenk. Uh. Eine Fingerschauke... Uh, die haben wir noch nicht. Eine Fingerschauke hört sich auch nicht so kindlich an. Äh. Äh. Okay. Was ist das denn? Naja, egal, Leute. Das war's mit Animal Crossing. Wir sehen uns dann morgen wieder zu dem Morgenass. Bis dann. Tschüss.